Ich habe Ihnen schon letztes Mal gesagt dass die Dinge, wo ich meine, dass Sie also in Ihrer jetzigen Phase wichtig sind, dass Sie verstehen, dass die eigentlich mit letztem Mal abgeschlossen wurden. Wir haben ja die Kovariante Ableitung ziemlich genau besprochen und Sie haben glaube ich auch alle gesehen, dass das was sehr Wichtiges ist und dass man mit Hilfe der Kovarianten Ableitung dann eben das, was in der Physik sehr häufig verwendet wird, nämlich die Vektordifferenzialoperatoren auch in krummlinigen Koordinaten formulieren kann, was ein großer Vorteil ist, weil viele Anwendungsfälle sind so, dass sie in krummlinigen Koordinaten viel besser und einfacher behandelt werden können, als wenn alles immer nur in kathesischen Koordinaten gehen muss. Aber natürlich insbesondere, wenn man über gekrümmte Räume spricht, etwa über Kugeloberflächen, wenn man an die Erdoberfläche denkt und ähnliches, da geht es mit kathesischen Koordinaten ja gar nicht mehr, weil da kann man ja solche Koordinaten gar nicht anwenden. Da muss man dann die Möglichkeit haben, auch mit krummlinigen Koordinaten umgehen zu lernen. Und das haben Sie also gemacht. Und jetzt bleiben uns also noch drei Vorlesungsstunden und die möchte ich also dazu benutzen, Ihnen doch einen hoffentlich einigermaßen übersichtlichen Ausblick zu geben in das, was man mit diesem ganzen Formalismus noch Nützliches tun kann. Natürlich ist eine Ausblicksrichtung in Richtung allgemeine Relativitätstheorie und Sie werden sehen, Sie stehen schon überraschend nahe an den Feldgleichungen. Lösen werden wir Sie nicht. Da gibt es andere Leute, die das da machen und wo Sie das dann also viel genauer kennenlernen. Aber es ist ja schon schön, wenn man also den konkreten Ansatzpunkt kennenlernt, wo man dann weiß, was eigentlich die Physik dahinter ist. Dort werden wir heute vielleicht nicht, aber nächste Woche hinkommen. Und auch das nimmt seinen Ausgangspunkt bei der Kovariantenableitung. Das ist schon ein zentraler Begriff in der Tensorrechnung. Und dann werden wir also über den Riemannschen Krümmungstensor reden und dann noch einiges über Geometrie besprechen, Parallelverschiebung von Vektoren und Ähnliches. Also wir werden die letzten drei Stunden schon einigermaßen gut zubringen und die, die da sind, werden, glaube ich, einen ganz guten Überblick kriegen. Und die anderen können auch zur Prüfung gehen, weil ich sehe das nicht wirklich als Prüfungsstoff an. Einige von Ihnen werden ja im ersten Studienjahr sein und da werden Sie sich denken, da muss ich ja noch nicht die einsteinischen Feldgleichungen bei der Prüfung dann. Um das geht es nicht. Aber wenn Sie sich die Mühe schon gemacht haben, dass Sie also die Tensorrechnung einigermaßen kennengelernt haben, dann sollen Sie auch sehen, dass Sie eigentlich schon recht weit sind und dass Sie also sich durchaus an verschiedene Sachen heranwagen können. Wir fangen also jetzt mit dem Kapitel 24 an. Ich hoffe, dass ich mich bei der Erzählung nicht irgendwann vertan habe, aber wenn, dann kann man halt auch nichts machen. Kapitel 24 nenne ich Eigenschaften der Kovariantenableitung. Ich sage natürlich wieder, wie schon sehr oft, jetzt heißt recht, wenn irgendwas auftritt, was Ihnen schleierhaft vorkommt, dann melden Sie sich sofort. Wir haben ja sowieso keinen riesen Hörsaal mit 300 Leuten da, sondern es ist ja ein Seminarbetrieb, wo Sie sich jederzeit melden können. Das liegt mir schon daran, dass das klargelegt ist. Und der Titel schaut natürlich nicht sehr aufregend aus, aber Sie werden sehen, es ist oft so, wenn man dann halt ein bisschen systematischer an die Eigenschaften eines neu eingeführten mathematischen Hilfsmittels herangeht, dann kommen auf einmal ganz interessante Sachen zu Tage. Und so wird es also hier auch sein. Das Erste, was ich mit Ihnen in diesem Zusammenhang besprechen möchte, ist, dass wir bis jetzt ja nur kovariante Ableitungen von Skalaren und Vektoren besprochen haben und dass man das natürlich auch für Tensoren höherer Stufe machen kann. Jetzt werden Sie denken, naja, wer braucht das? Sie werden sehen, wir werden es gleich brauchen. Und deswegen muss ich, weil wir es eben brauchen, das war mein Ziel in dem ganzen Jahr jetzt mit der Tensorechnung, immer das hinzubringen, was Sie in weiterer Folge brauchen werden, damit wir zu einem guten Ende kommen sozusagen. In allen Richtungen gibt es natürlich viele andere Sachen auch, aber alles kann man nie machen. Also, kovariante Ableitung von Tensoren höherer Stufe. Da muss ich gleich noch was sagen. Schauen Sie besonders genau zu, was ich da herausschreibe. Heute werde ich wahrscheinlich mehr Pföller machen als sonst. Erstens, weil ich mir das alles neu zusammengestellt habe für Sie, die nächsten drei Stunden jetzt. Und zweitens, weil auch die ganze Sache etwas formaler und etwas intensiver ist. Und da ist man an der Tafel heraus manchmal schon ein bisschen gefordert. Also schauen Sie genau zu und melden Sie sich sofort, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Höchstwahrscheinlich habe ich mich dann geirrt. Naja, also um die Tensoren höherer Stufe behandeln zu können, möchte ich kurz resümieren, wie war es denn bei den Vektoren? Wenn man einen Vektor AI hat und den nach R-Kovariant ableitet, dann macht man einmalig die partielle Ableitung TAI nach TQR und wenn das Kontra und Co ist, kommt ein Plus und dann kommt sein Christoffel-Symbol, Gamma IR und dann vielleicht ein N mal AN. Also das I wird aus einem An gemacht und so schaut das aus. Und wenn es ein Kovarianter Vektor AI ist und der nach R-Kovariant abgeleitet wird, muss man wieder zunächst die partielle Ableitung bilden, D A unten, I nach TQR, jetzt aber Minus ein Gamma IR, müssen natürlich auch unten sein, dann ist N oben und dafür haben wir dann hier ein AN so. Das kennen Sie schon. Und jetzt schauen wir, wie schaut das aus bei Tensoren höherer Stufe. Und wenn man das also ganz allgemein für irgendeinen Tensor höherer Stufe aufschreibt, das ist lästig und mühsam aufzuschreiben. Ich schreibe ein Beispiel aus, aus dem sich, glaube ich, alles weiter ergibt. Also die Verallgemeinerung als Beispiel. Wir verwenden da als Beispiel ein Tensor dritter Stufe, T I J K. Und den werden wir jetzt ableiten, Kovariant nach R. Also T I J K, Kovariant nach R. Das Erste ist einfach wieder die partielle Ableitung von dem Ganzen. Also T I J K nach T Q R und dann jeder Index für sich. Ich werde die erste Zeile noch da herschreiben. Also jetzt einmal nehmen wir den Index I her und abgeleitet wird nach R. Dann kommt da ein Gamma, I, R. So wie wir es da oben gehabt haben. Und dann machen wir wieder so ein N. Und jetzt wird dann der Tensor hergenommen und da das N eingesetzt. T N J K. Das ist der erste Teil. Plus, da können wir die beiden gleich da schön herschreiben. Jetzt nehmen wir den zweiten Index, der da steht. Also jetzt kommt der Index J. Und daher, das ist nur einmal da, das mit dieser partiellen Ableitung. Jetzt haben wir also wieder sein Gamma und dann haben wir J und abgeleitet nach R. Und dann machen wir wieder so einen Summationsindex. Und jetzt geht es um J. Also haben wir I und K ist ohne Belang. Aus dem J wird N und das K bleibt da wieder stehen. Und letztlich müssen wir uns das K auch noch hernehmen. Das steht aber jetzt unten. Daher kommt das Minus. Ist Ihnen das noch bewusst, wie das war? Das ist, jetzt müssen wir aufbauen. Jetzt kommt das alles volle Pulle auf Sie zu. Das ist halt so. Minus und jetzt haben wir die beiden da unten. Jetzt geht es ums Index K. Haben wir Gamma K R. Und jetzt ist oben dieser Summationsindex. Und es geht ums K. Also I und J ist ohne Belang. T, I, J. Und unten haben wir dann das N. Und so geht es. Jeden Index für sich. Jeden für sich behandeln. Das ist irgendwie ähnlich, wie es auch beim Transformationsverhalten. Bei Tensoren höherer Stufe war jeder Index. Wird als Kon-Kontra-Variant der Index transformiert. Und das kann natürlich länglich werden dann, wenn mehrere Indizes sind. Also ich hoffe, das ist alles richtig. Jetzt kann es schon passieren, dass bei den Aufzeichnungen hier und da dann ein Fehler aufgezeichnet wird. Und es ist mit Ihrer Verantwortung, dass Sie sich das anschauen. Kommt Ihnen das so logisch vor? Haben Sie mitgedacht bei der Geschichte? Ich möchte es mich jetzt nicht ab Korrektur lesen. So. Das war aber jetzt eigentlich nur ein kleines Vorgeplänkel. Weil Sie werden sehen, wir brauchen das jetzt, um diese verschiedenen Eigenschaften uns anzuschauen. Zunächst ist es ganz einfach. Schauen wir an, wie ist es, wenn man eine Summe ableitet. Also das waren einmal da Tensoren höherer Stufe. Und jetzt kommt Ableitung einer Summe. Und dann machen wir ein Beispiel. AI plus BI abgeleitet nach K. Kovariant nach K. Naja, wie geht das? Da machen wir es natürlich auch wieder zunächst so, dass man für das Ganze die partielle Ableitung, diese naive Ableitung, wie ich oft gesagt habe, aufschreibt. D von AI plus BI nach DQK. Naja, und jetzt? Was kommt? Diesen Kontra, das sind K, also K und zwei Mal plus. Geht das so weiter plus. Und da haben wir jetzt einmal als erstes zu nehmen. I wird nach K abgeleitet. Also, so kommt ein Gamma. Gamma IK und dann wieder so ein N und das heißt dann mal A N plus B N. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Ja, genau. Also, wie schreiben wir das um? Wir teilen es auf. Naja, und zwar wie? Da haben wir also da, aus dem wird jetzt DAI nach DQK plus DBI nach DQK. Und dann haben wir plus Gamma IK N mal A N hinein multiplizieren. Plus Gamma IK N mal B N. Und jetzt brauchen wir es nur noch ein bisschen umrangieren. Zum Beispiel die zwei zusammenfassen. Da haben wir DAI nach DQK plus Gamma IK N A N. Da haben wir schon die Ableitung A I I Kovariant nach N. Schauen wir nach A I K. Schauen wir nach A I nach K. Das ist die A I nach DQK. Und dann plus Gamma IK N mal A N. Das ist der Teil weg. Plus, jetzt schauen wir nach, das andere ist B I nach K. Dann haben wir DBI nach DQK. Das haben wir da. Und dann plus Gamma IK N mal B N. Und fertig. Und Sie sehen, das ist gutartig. Gott sei Dank, dass es so funktioniert, wie man es haben will. Sie werden sehen, es bleibt nicht so. Jetzt einmal Gott sei Dank noch. Also wenn man eine Summe Kovariant ableitet, dann kommt die Summe der einzelnen Kovarianten Ableitung heraus. Und das geht auch für Tensoren höherer Stufe. Das nächste ist Ableitung eines tensorellen Produktes. Also nach der Summe das tensorelle Produkt. Und wieder machen wir ein einfaches Beispiel, das alles Weitere zeigt. Das lässt sich natürlich alles in alle Richtungen verallgemeinern, aber Sie werden mir dann schon glauben, dass das dann natürlich entsprechend in alle Richtungen funktioniert. Nehmen wir zum Beispiel das Produkt ALBI. und das wird Kovariant nach K abgeleitet. Und da sehen Sie schon, da steht schon ein Tensor zweiter Stufe. Bis jetzt brauchen wir schon eine Kovariante Ableitung von Tensoren höherer Stufe. Bisher haben wir es noch nicht gebraucht. Da brauchen wir es, damit wir sehen, was da herauskommt. Also das hier ist so ein Tensor TLI, wenn Sie so wollen, was wir so ähnlich da auch gehabt haben. Aber wir führen das nicht so weiter, das haben wir nur so im Hinterkopf. Also führen wir diese Kovariante Ableitung dieses Tensors zweiter Stufe durch. Index für Index. Als erstes, wie immer, zerscht diese partielle Ableitung von allem. Also DALBI nach DQK. Das ist das Erste, was da einmal steht. Und jetzt kommen dann für jeden Index ein so ein Teil mit einem Christoffel-Symbol. Also schauen wir mal nach. Nehmen wir mal den ersten Index. Der zweite ist jetzt ohne Belang. Dann haben wir also Gamma LK und habe ich das jetzt wie der N genannt. Der N und dann es geht um den ersten Index mal A N der zweite ist ohne Belang. Bleibt B I. Kann man auch einklammern, muss man aber nicht. Plus, nein Minus, weil das steht unten. Wenn es unten steht, ist es ein Minus. Erinnern Sie sich, das sind so die Geschichten, die man halt dann wissen muss. Also Minus Gamma I K und dafür oben N und jetzt geht es um den zweiten Index. Der erste ist ohne Belang. Bleibt A L und B N. Okay. Damit haben wir einmal das. Und das werden wir jetzt ein bisschen ausarbeiten. Machen wir einfach ist gleich und tun wir in der nächsten Spalte weiter. Ich habe schon angedeutet, heute werden wir möglicherweise out of space runnen. Wir werden es ja sehen. Also, trotzdem müssen wir da jetzt stehen schauen, was da steht, damit wir weiter tun können. Ist also weiter gleich. Und da können wir natürlich zuerst einmal da vorne dieses Produkt gleich entsprechend auflösen, weil das wissen wir ja. Das ist einfach eine normale partielle Differenzation. Da haben wir die Produktregel wie gehabt. Also zum Beispiel haben wir da zuerst A L mal T B I nach T Q K plus und als nächstes haben wir dann eben B I dann nehmen wir das her B I mal D A L nach T Q K einfach nichts anderes als die Produktregel. Und jetzt kommen diese ganzen diese ganzen Geschichten mit den Gammas und da haben wir noch die zwei da schreiben wir das im Wesentlichen nur ab Gamma K N L K N L A N B I minus Gamma I K N und dann haben wir A L B N Also abschreiben gut abschreiben ist angesagt. Und jetzt schauen wir wie man das zusammenfassen kann. Da drinnen kommen A Ls vor. Hier und hier und da kommen B I vor. Da hier und da hier schauen wir wie wir das zusammenfügen können damit das Ganze eine Ordnung kriegt. Heben wir einmal das B I heraus. Das ist ein B unten I und was steht da drinnen? Einmal haben wir dieses D A L nach T Q K damit ist der Term weg. Und dann kommt als zweites das noch noch einmal bei dem B I das Gamma K N L A N und zwar Plus K N L A N Das ist das mit B I und jetzt machen wir dann noch dazu das mit dem A L plus A L heben wir heraus A oben L da haben wir wieder die Geschichte mit jetzt abgeleitet D B I nach T Q A nach T Q K damit haben wir das weg A L mal T B I nach T Q K jetzt fehlt eigentlich nur mehr irgendwo habe ich was nicht weggehakelt nämlich das ist da hier Gamma K N L A N das habe ich nicht weggehakelt aber was fällt ist noch das Minus Gamma I K A N B N damit ist das weg alle vier von da oben sind wieder da ich fürchte das ist für Sie da hinten nicht so besonders übersichtlich aber es geht glaube ich nicht anders jetzt haben wir also diese herausgehoben und jetzt schauen wir was da steht da haben wir stehen probieren wir es einmal ich mache da jetzt einen Folkepfeil und fange noch einmal an mit A L B I nach K A L B I Kovariant nach K um das geht es ja hier und was kriegen wir da hier steht am ersten Teil ein B I mal A L Kovariant nach K schauen wir nach ob es war ist B I und jetzt steht A L nach K das ist einmal partiell D A L nach D Q K und dann Plus Gamma L K N A N stimmt wirklich das ist erledigt und dann haben wir und dann haben wir A L und da haben B I nach K Kovariant nach K und schauen wir ob es war ist B I nach K da haben wir das partielle D B I nach D Q K und da die beiden unten sind Minus Gamma I K N B N Fertig Hurra die Produktregel die gibt es weiterhin schön dass wir sie haben noch eine weitere Sache bevor es wirklich ernst wird wir schauen uns an wie schaut es denn aus wenn man den Metriktensor Kovariant ableitet das haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt aber Sie werden sehen in weiterer Folge brauchen wir das was passiert wenn man den Metriktensor Kovariant ableitet Kovariante Ableitung von und den Metriktensor machen wir beide unten G I Schauen wir was dabei herauskommt und um das möglichst einfach ermitteln zu können machen wir einen kleinen Trick wir betrachten einen beliebigen Vektor A A A R und wir bilden die Kovariante Ableitung dieses Vektors A R nach K Kovariant nach K leiten wir einfach so ab und dieses A unten R das können wir auch schreiben als GRS AS und das Kovariant noch K denn das A unten R das lässt sich aus einem Kontravarianten Komponente A um S mit herunterziehen mit dem Kovarianten Metriktensor herunterholen und dann steht in der Klammer das AR da und das wird hier nach K entsprechend abgeleitet naja und das können wir jetzt durchführen denn wir kriegen jetzt heraus dass dieses AR nach K Kovariant nach K gleich ist und jetzt steht da drinnen ein Produkt und wir können die Produktregel anwenden da kommt einmal das GRS nach K mal AS das ist das eine und dann plus AS nach K mal GRS und dieses AS nach K mal GRS AS nach K mal GRS das GRS zieht das S wieder runter es bleibt ein AR nach K stehen und Sie sehen jetzt AR nach K ist der Ausdruck plus AR nach K das heißt für einen beliebigen Vektor wenn das gilt ist das hier Null und wenn das für einen beliebigen Vektor Null ist muss GRS nach K gleich Null sein und es zeigt sich die kovariante Ableitung des Metrik Tensors ist immer Null und das ist etwas was in der Tensorechnung sehr wichtig ist das berühmte Lemma von Ritchie die Italiener haben dafür gemacht Ritchie Levici Vitar verschiedene Italiener die Tensorechnung ziemlich stark weitergebracht haben Lemma von Ritchie und das sagt im Wesentlichen aus dass die kovarianten Ableitungen des Metrik Tensors verschwinden kovariante kontravariante Ableitungen des Metrik Tensors verschwinden sind Null Also das Ganze ist sehr einfach gewesen wir haben da einfach eine identische Umformung gekriegt haben dann da und da dasselbe das musste Null sein für einen beliebigen Vektor AR daher bleibt nur über das GRS nach K die kovariante Ableitung gleich Null ist Ja und jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen die dann vielleicht zunächst krank erscheinen wird man kann auch höhere kovariante Ableitungen betrachten also zum Beispiel einen Skalar oder auch einen Vektor einmal kovariant ableiten dann noch einmal kovariant ableiten nur bei den partiellen Differenzationen ist man das ja gewähnt da kann man also dann hat man halt so doppelte Ableitungen und dann weiß man dass es dann nicht auf die Reihenfolge ankommt und es wäre natürlich jetzt interessant wird das da auch so sein hat man da auch so Komfort wie da bei der Produktregel na schauen wir uns das an da allerdings muss man sich schon ein bisschen hineinhängen und das will ich Ihnen und mir an dieser Stelle nicht ersparen weil das so ein Knackpunkt ist der öffnet Ihnen die Tür in die weitergehende Tensorrechnung wo Sie dann die Möglichkeit haben konkrete Aussagen über die Raumkrümmung zu machen das ergibt sich jetzt aus diesen höheren Ableitungen noch einmal gesagt lassen Sie mich da nicht einfach so herum vorwirken fragen Sie nach wenn Ihnen irgendetwas unklar vorkommt dafür machen wir es ja dass Sie das wirklich gut mitkriegen und nicht nachher mit seinem schleierhaft mulmigen Gefühl da heraus gehen und eigentlich Sie nicht recht auskennen das wäre kontraproduktiv höhere Ableitungen na da schauen wir uns zunächst einmal an wie schaut das aus bei einem Skalar Lambda wir werden nur Skalare und Vektoren betrachten das Los hat Sie auch weiter führen brauchen wir nicht nur Skalare und Vektoren also einmal für den Skalar Lambda daran erinnern Sie sich sicher noch die Kovariante Ableitung eines Skalars ist harmlos weil Skalare beziehen sich auf keine Basis Vektoren das sind eben nur Skalare und da sind die Kovarianten Ableitungen wie sich zeigt einfach die partiellen Ableitungen also Lambda Kovariant abgeleitet ist einfach D Lambda nach D Q I und wir haben gesehen dass sich diese Größe so wie sie da hier steht auch tensorell richtig verhält das ist ein Tensor erster Stufe das was da jetzt steht ist ein Tensor erster Stufe naja und wenn man die zweite Ableitung jetzt nimmt dann ist das ein Lambda nach I nach J nach I nach J es mag sein dass man sagen kann nach I oder so irgendwas Das fangen meist gar nicht an Sie wissen so genau was passiert Das Lambda nach I ist ein Vektor und der wird wieder Kovariant abgeleitet und dann kriegt man einen Tensor zweiter Stufe Na wie schaut das aus die zweite Ableitung von Lambda Also das Lambda nach I wird abgeleitet Da kommt wieder die Partielle D Lambda nach I nach D Q J und dann haben wir jetzt Minus weil das beides unten ist Gamma es geht um den Vektor der nach dem abgeleitet wird haben wir I J und oben habe ich wieder ein jetzt ein L einmal hingeschrieben ist ja wurscht und dann Lambda nach L denn es geht ja um diesen Lambda nach I der da abgeleitet werden soll Naja weiter Dieses Lambda nach I habe ich mir da schon vorsorglich oben hingeschrieben das wollen wir jetzt natürlich gleich benutzen da steht ja jetzt hoffentlich komme ich mit der Anzahl aus ich glaube könnte sich ausgehen ja also das Lambda nach I wird nach J partiell abgeleitet D Lambda nach DQ I noch nach J damit haben wir also D2 Lambda nach DQ J DQ I wir haben wir haben D Lambda nach DQ I noch nach DQ J abgeleitet D2 Lambda nach DQ J der GQ I und jetzt haben wir dieses Minus das was da steht Gamma L I I J und dieses Lambda nach L setzen wir wieder ein das ist D Lambda nach DQ L ja jetzt schauen Sie mal man sieht beide Terme der und der sind symmetrisch der ist symmetrisch in I und J weil das die partiellen Ableitungen sind die sind unter sehr weiten Voraussetzungen muss nur genügend differenzierbar sein sonst geht ja gar nichts das ist symmetrisch in I und J ist egal was man zuerst differenziert und das wieder ist symmetrisch in I und J weil die Kräftsoffelsymbole diese Eigenschaft haben dass sie da symmetrisch in den unteren zwei Indizes sind na wunderbar wenn die beide symmetrisch sind dann ist es egal ob ich Lambda nach I nach J oder Lambda nach J nach I schreibe es ist dasselbe also kommt heraus als Ergebnis Lambda nach nach I nach J minus Lambda nach J nach I ist gleich Null also es schaut so aus die Tensorrechnung ist gut zu uns gute Vorzeichen aber freuen Sie sich nicht zu früh wir waren erst bei den Skalaren und da kann man sich natürlich überlegen die sind natürlich verhältnismäßig einfach weil eben die kovariante Ableitung in der Skalase eine partielle Ableitung ist na gut aber jetzt schauen wir nach was passiert jetzt wenn wir von einem Vektor ausgehen und den hintereinander zweimal partiell kovariant ableiten also jetzt haben wir gehabt den Skalar Lambda jetzt nehmen wir den Vektor A I A unten I und was werden wir machen wir werden einmal das A I einmal nach J ableiten damit wir einmal was zum Auffangen haben und das leiten wir dann noch einmal kovariant ab das haben wir da auch so gemacht zuerst haben wir es einmal nach I abgeleitet und haben es noch einmal nach J abgeleitet wir werden das ganz ähnlich machen also wir werden zunächst einmal das A I hernehmen und das einmal kovariant nach J ableiten wohlgemerkt schauen Sie den Unterschied an das ist ein Skalar und kommt schon die Ableitung da ist ein Vektor dann kommt die Ableitung muss schon genau aufpassen was passiert wir machen die kovariante Ableitung eines Vektors und das ist ja für Sie inzwischen lang schon eine Gewohnheitssache wir brauchen es ja nur hinschreiben die übliche partielle Ableitung D A I nach D Q J und dann das Minus weil da beide unten sind Gamma I J und da schreibe ich jetzt oben L und dann ein A L weil das A wird ja abgeleitet und das war noch nichts Neues für Sie aber jetzt jetzt machen wir die zweite kovariante Ableitung damit zweite Ableitung ja warum der Index ist ja herunten und der Index muss da wieder herunten sein schauen Sie sich das da vorne I R I R N A N genau dieselbe Sache ist schon gut wenn Sie es bitte schauen Sie es genau an denn das nächste Mal mache ich dann wirklich einen Blödsinn also zweite Ableitung ist 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 A I I nach J nach K jetzt brauchen wir wieder das mit den Tensoren höherer Stufe das müssen wir jetzt wieder Index für Index zwei Indize sein I und J müssen wir das abhandeln aber als erstes einmal kommt wie üblich die normale partielle Ableitung also das ist D von I nach J nach D Q K das ist das Erste und jetzt müssen wir uns einmal die beiden Indizes der Reihe noch anschauen einmal den Index I beide sind unten daher es wird jedenfalls ein Minus sein Minus ich schaue mir das auch in der Platzeinteilung ein dass das irgendwie nicht so über und über also Minus und dann haben wir Gamma I K unten und dann sagen wir wieder da sagen wir jetzt H dazu für diesen Summationsindex das ist nichts Außergewöhnliches ich versuche das irgendwie ein bisschen zu zu straffen Gamma I K H und jetzt um den Index geht es mal A H nach J das J ist ja unangetastet geblieben ja und als letztes das werden wir eh bis außen verbrauchen ist eh gut als letztes kommt dann noch dazu jetzt geht es um den Index J dann haben wir also Gamma J K H und dann der Index also das A I bleibt nach H über den wird da summiert haben Sie sich genau angeschaut denken Sie gut mit ich zähle auf Sie ist gleich naja und jetzt muss man schon ein bisschen schauen was man tut also jetzt müssen wir nämlich nicht das da oben das da unten einsetzen das wird natürlich schon ein bisschen ein ein Hit da kommt also ein D nach D Q K das ist von da mal also angewendet auf A I nach J das habe ich da oben schon vorsorglich hingeschrieben das können wir jetzt einsetzen das was da jetzt noch einmal abgeleitet wird habe ich da oben schon stehen also angewendet auf die I nach D Q J minus Gamma L I J A L haben Sie das gesehen? Wir haben einfach hier jetzt dieses A I nach J von da oben genommen und da hier eingesetzt D nach D Q K von dem und jetzt minus jetzt kommt das da hier da kommt also minus dieses Gamma I K wie viel Platz brauche ich da eigentlich noch? Wir werden schon zugleich drauf kommen wir werden mit wir werden mit diesmal ein Problem kriegen also minus den haben wir jetzt fertig jetzt kommt minus Gamma I K H und jetzt auch H nach J da brauchen wir da oben das I durch H zu ersetzen sonst bleibt alles wie es ist mal und da steht also jetzt D A H nach D Q J minus Gamma L H J A L jetzt haben wir das mit A mit A H nach J da eingebaut statt I ist H I ist A H und da unten A H und sonst bleibt alles wie es ist und als letztes damit ist der Term fertig jetzt kommt noch der dritte noch einmal ein Minus man könnte eigentlich verzweifeln wenn man sowas aufschreibt aber man darf halt nicht locker lassen jetzt kommt der dritte Minus Gamma H J K H J K mal I nach H jetzt müssen wir da wieder das J durch H ersetzen dann haben wir D A I nach D Q H minus Gamma L und wir haben gesagt das I wird durch ein H ersetzt das J wird durch ein H ersetzt also Gamma L I H so da will ich jetzt doch einmal nachschauen I H L A L ja das stimmt also es schaut gut aus so kurze Unterbrechung ist irgendjemand ausgestiegen kennt sich irgendwie überhaupt nicht mehr aus oder sind wir noch beieinander so wie der Dirk Hammermusik einer spielt und alle anderen steigen aus und wir wollen ja ein schönes Quartett da machen und nicht irgendwie durcheinander also jetzt wollen wir uns die Geschichte ein bisschen strukturieren da kommen überall so Faktoren AL vor da hier kommt er vor da kommt er vor und da kommt er vor dieser Faktor und diese Faktoren wollen wir jetzt so von unten nach oben ein bisschen aufrollen ja und die letzten Zeile das I also A die Index I das gehört unten oder ja danke sehr gut richtig ja 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 wie gesagt abschreiben 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 ganz wichtig okay okay und es ist natürlich ein bisschen umgeschickt weil jetzt muss ich da hin und her eilen um da eins nach dem anderen herüber zu übertragen worum es uns letztlich geht das möchte ich gleich wieder vorausschicken für das weitere wir wollen wissen inwieweit es was ausmacht ob man J und K vertauscht oder nicht wir wollen also wissen ob es da Symmetrien drinnen gibt und hoffentlich ist alles symmetrisch dann ist es wieder Null dann haben wir so was ähnliches wie da na gut also was passiert ich schreibe jetzt noch einmal Gine neu A I nach J nach K ist gleich ja und jetzt gehen wir der Reihe nach über den ganzen Ausdruck den wir da oben sehen vor der erste Term ist der der sich ergibt indem man da diese doppelte partielle Ableitung macht D2A I noch DQK DQJ das war das erste Plus und jetzt gehe ich gleich in die nächste Zeile Plus und jetzt schreiben wir einmal alles zusammen was wo A L drinnen vorkommt A L mal Klammer und da gehen wir von unten nach oben vor da steht bei dem A unten L das untere eingerandelte da haben wir Minus und noch einmal Minus ist wirklich Plus Gamma J-K-H Gamma I-H-L gut Gamma J-K-H Gamma I-K-L habe ich mir es gemerkt I-H-L Warte ist das geklopfen gut Gamma J-K-H Gamma I-H-L weiter damit ist das eingerandelte A L schon weg brauchen wir nicht mehr berücksichtigen ist das nächste drüber das wieder Minus und Minus ist Plus Gamma I-K-H Gamma H-J-L Stimmt und als letztes das oberste da das eingerandelte aber da müssen wir jetzt aufpassen da steht nämlich kein Faktor davor sondern ein D-Nach D-Q-K und da steht da drinnen ein Produkt und da können wir wieder Gott sei Dank die Produktregel anwenden wo haben wir es denn da deswegen haben wir es vorher wissen müssen diese Eigenschaften der koharanten Ableitung eins ist es wie der Pyramidenbau eins baut aufs andere also sie können da jetzt das heißt das ist aber endlich nein das ist einfach nur eine partielle Ableitung eine partielle Ableitung von einem Produkt und dann nehmen wir zunächst den Term hinein wo das A-L wirklich als Faktor steht weil wir es ja vorn herausgehoben haben kommt also dann dazu Minus D dieses Gamma nach D-Q-K Minus Gamma I-J-L nach D-Q was war es jetzt? K das A-L haben wir schon vorn stehen bleibt nur Minus D-Gamma I-J-L nach D-Q-K Ja Na ja und jetzt bleiben noch so resten bitte Danke Danke gesagt und nicht geschrieben das ist besonders intelligent gut aber mich freut dass ihr alle zuschaut und dass man das wirklich merkt dass das alles richtig sein muss jetzt sind wir aber noch nicht fertig übrigens ich möchte also noch einmal meinen Fehler sagen das ist ja jetzt hier eine partielle Ableitung gewesen und D für D gibt ja sowieso diese diese Regel die Produktregel die wir da angewendet haben aber jetzt bleibt noch was über weil wir haben ja jetzt noch den Term wo das Gamma stehen bleibt und das A-L abgeleitet wird also es bleibt noch stehen jetzt mit Minus Vorzeichen Minus D-A-L nach D-Q-K Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt Minus D-A-L nach D-Q-K mal Gamma I-J-L und jetzt bleibt uns noch was jetzt haben wir das das haben wir da bleiben noch welche Minus der zweite Minusfaktor da unten Minus Gamma Minus D-A-H nach D-Q-J mal einem Gamma I-K-H und zuletzt in den untersten wieder Minus D-A-I nach D-Q-H H-H mal Gamma J-K-H Jawohl so da haben wir es alle und jetzt schauen wir uns es einmal an denn uns interessiert jetzt wo gibt es Sachen die symmetrisch in J und K sind wir wollen ja wissen ob man die Reihenfolge dieser Kovarianten Ableitungen vertauschen kann zum Beispiel haben wir schon da oben das weil da haben Sie eine partielle Ableitung nach K und nach J das kann man umdrehen das ändert nichts ja dann haben wir noch was da hier zum Beispiel das ist symmetrisch in J und K das ist symmetrisch in J und K schauen wir uns einmal das da hier an da steht hier eine Summation über L da eine Summation über H das ist dasselbe da steht K I J da steht J I K wenn Sie da I und J vertauschen kommt das heraus wenn Sie da I und J vertauschen kommt wieder das heraus das heißt das ist nur Bäumchen wechsel dich und beides ist Minus das heißt das ist auch symmetrisch in J und K können Sie es erkennen die L sind da nur Summationsindizier da sind es die H das ändert nichts aber da steht nach DQK und Gamma IJ und da steht nach DQJ und Gamma IK wenn Sie das vertauschen kommt das heraus aber dafür kommt bei dem das heraus und die Summe der beiden Negativen ändert sich nicht sehen Sie das sind Sie einverstanden damit das muss man schon sehen sonst glaubt man es ja nicht also es rebelliert jedenfalls niemand naja dann schauen wir mal das ist symmetrisch das ist symmetrisch aber das nicht und das auch nicht aber das das und das ist auch symmetrisch es bleiben von der ganzen Tragödie nur zwei Terme über na das ist doch schon ganz schön denn jetzt können wir als Folgerung das Ergebnis aufschreiben Sie wissen schon das brauchen Sie nicht jeden Tag jetzt in Ihrer Praxis als Physiker machen das hat man das hat weiß ich wahrscheinlich der Riemann seinerzeit einmal durchgekämpft und dann war das aber ich will es Ihnen nicht einfach nur als Ergebnis zeigen Sie sollen sehen wo das herkommt und ich glaube nicht dass es einfacher geht es ist so ziemlich das Einfachste was ich aus allen Möglichkeiten herausgesucht habe wie man das rechnen kann also wir wollen uns ausrechnen a i nach j nach k minus a i nach k nach j ist gleich so ähnlich wie wir es da gemacht haben für die Lambda aber es schaut niemand mehr so aus als ob 0 herauskäme weil uns die zwar nämlich da in die Suppe spucken sozusagen aber aber was man schon sehen kann beide dieser Terme stehen in der Klammer und die hat ein AL vorne das heißt es wird wieder ein Faktor AL einmal stehen bleiben mal Klammer und da schreiben wir jetzt zuerst einmal auf die Ableitungen da haben wir minus d Gamma i j l i l nach d q k und als zweites nein als zweites schreiben wir einmal das mit plus da her plus Gamma i k h Gamma h j l damit haben wir das nur abgeschrieben das war das ai nach j nach k aber jetzt kommt noch minus und jetzt j und k vertauscht also da haben wir gehabt Gamma i k h Gamma h j l jetzt haben wir die zwei Terme schon dastehen und jetzt müssen wir es nochmal hinschreiben aber mit j und k vertauscht weil es heißt ja minus ai nach k nach j statt j nach k und da schreiben wir wieder jetzt minus das das heißt das d minus wird plus plus da haben wir dann d Gamma und jetzt j und k vertauscht statt j kommt k i i k l also aus k wird j nach d q j und dann kommt wieder minus das wurde plus das wird jetzt minus minus und wieder j und k vertauscht also Gamma i j h h h dass man sich wirklich sicher dass das h ist i j h und Gamma h und j und k vertauscht also Gamma h k l und das ist es und gestatten Sie mir jetzt dass ich das aber anschaue a l mal minus d Gamma i j l nach d q k plus Gamma i k h gamma h j l plus d Gamma i k l nach d q j minus gamma i j h gamma h k l fast das schaut aber jetzt eigentlich unerfreulich aus das wird nämlich nicht mehr anders schauen Sie das an jetzt hätte man schon meinen können wir sind auf einem guten weg und jetzt am Schluss hat uns das ein Kreidel reingehaut so wie hier geht es hier nicht also es kommt wenn man Vektoren betrachtet die man kovariant ableitet sehr wohl auf die reihenfolge an und Sie werden sich jetzt denken mein Gott was soll ich damit anfangen das ist doch völlig unnötig kein Mensch braucht sowas aber bei näherer Betrachtung stellt sich heraus dass man da einen goldenen Schlüssel in der Hand hat nämlich das nächste Kapitel wird eingeleitet 25 Riemannscher Krümmungstänse sollt na wo ist er wir haben ihn schon und wir definieren uns jetzt den Riemannschen Krümmungstänse ich habe noch nicht erklärt was ich jetzt eigentlich herschreiben wäre und auch schon gar nicht warum ich das jetzt Krümmungstänse nenne von Krümmung ist dabei noch gar nicht berät gewesen kommt schon wenn es in ein paar Minuten jetzt noch nicht kommt dann rebellieren Sie bitte jetzt bitte ich um einen Augenblick Geduld man nennt ihn manchmal auch weil in dem Tänzer so viel Christoffel Symbole drinnen stehen den Christoffel Riemann Tänzer und jetzt schreibe ich auf wie er definiert ist man hat dem Herrn Riemann ein Denkmal gesetzt und hat ihn R bezeichnet R L I K O Graus ein Tänzer vierter Stufe aber ich meine wir haben ja sowas auch schon mal gehabt also es ist nicht wirklich etwas wo man sich so richtig davor fürchten muss und der wird jetzt ganz einfach definiert entsprechend dem was hier steht im Wesentlichen geht es jetzt darum diese grausliche Geschichte hier in eine handhabbare Form zu bringen dass man dieses ganze Klumpert nicht ewig aufschreiben muss und das werden wir machen indem wir jetzt auch zum Beispiel das Plus zuerst setzen und dann das Minus also wir schreiben diesen Klammerausdruck den betrachten wir einfach und nennen ihn jetzt Riemann Krümmungstensor jetzt werden sie noch was sagen da stehen ja doch lauter Christoffel Symbole drin die sind ja gar keine Tensoren wie kommt man drauf jetzt das ganze einen Tensor zu nennen warten Sie einen Augenblick also machen wir mal zunächst das D Gamma I K L nach D Q J Minus und jetzt kommt als nächstes das da hier D Gamma I J L nach D Q K und jetzt kommen noch diese zwei Produkte da wird ja gar nichts differenziert schauen wir das mit Plus zuerst Gamma I K H Gamma I K H Gamma H J L minus des ist dannest noches leses des Gamma I J H Gamma H K L ich erlaube mir das jetzt auch noch einmal zu prüfen das soll nicht falsch an der Tafel stehen R L I J K ist gleich D Gamma I K L noch D Q J minus D Gamma I J L noch D Q K plus Gamma I K H Gamma K H J das ist ein H H J L minus Gamma I J H Gamma H K L Wir haben uns durchgekämpft jetzt nenne ich das den Riemannschen Krümmungstensor wieso ist das ein Tensor da brauchen Sie sich nur diese Gleichung anschauen da stehen zwei kovariante Ableitungen das sind Tensoren das ist auch ein Tensor wenn das ein Tensor ist und das ein Tensor muss das auch ein Tensor sein sonst funktioniert das nicht man nennt das in der Tensorrechnung auch die Quotientenregel in einer solchen Beziehung wenn ein Tensor gleich das Produkt eines Tensors mit was weiterem ist dann ist dieses weitere auch ein Tensor stellen Sie sich vor Sie müssten das explizit nachprüfen alle diese Gammas wieder ausrechnen abhängig von den Metriktensoren wissen wie sich die transformieren und das alles durchixen bis Sie herausfinden dass das ein Tensor vierter Stufe brauchen wir nicht weil wir nämlich so wie es begierig waren herauszufinden was ist mit den zweiten Ableitungen das hat es gebracht unglaublich einfach im Verhältnis zu dem was da drin steckt und das ist so komplex das geht nicht einfacher das ist eben so das ist eben die Geschichte Herrgott hat das Buch mit den einfachsten Beweisen aber da glaube ich hat er auch nichts anderes das ist also tatsächlich so also das ist ein Tensor vierter Stufe jetzt kann man aber immer noch fragen und was bringt uns der? das erzähle ich Ihnen heute noch aber als erstes möchte ich das noch irgendwie in den Rahmen setzen es geht bei alledem um Riemannschräume ein Riemannschraum das wissen Sie alle schon ist eine Mannigfaltigkeit also die Punkte werden durch Koordinaten beschrieben in der ein Metriktensor definiert ist dieser Metriktensor GIE erlaubt es unter anderem die Länge von Kurven in dieser Mannigfaltigkeit zu bestimmen dann wird aus der Mannigfaltigkeit ein Riemannschraum also eine Mannigfaltigkeit auf der auf jeden Punkt ein Metriktensor definiert ist das kennen Sie schon und wir sind auch zu einem Ausdruck gekommen wie dieser Metriktensor mit den Christoffel-Symbolen zusammenhängt ich schreibe das darunter um die volle Komplexheit dessen was da eigentlich steht klar zu machen also Quotientenregel folgt R-L-I-E-K ist Tensor das ist eine gewaltige Aussage, die ich da herschreibe aber ich glaube, Sie können es nachvollziehen wir haben das aus unseren Überlegungen erschließen können und das Zweite ist in diesem Riemann-Tensor stehen Christoffel-Symbole und ihre ersten Ableitungen nach den Koordinaten drinnen und was sind also diese Christoffel-Symbole? gemäß der Definition der Christoffel-Symbole hatten wir ich wiederhole das hier jetzt den Ausdruck Gamma-S-A-B ist gleich interessanterweise 1,5 mal GSR mal und jetzt haben wir da DG-A-R nach DQ-B plus DG-B-R nach DQ-A minus DG-A-B nach DQ-R das will ich jetzt auch da noch so hinzufügen weil jetzt sehen Sie in der ganzen epischen Breite wie dieser Riemann-Christoffel-Tensor mit dem Metrik-Tensor zusammenhängt denn ein Riemann-Schraum wird nur zunächst einmal durch seinen Metrik-Tensor festgelegt in seiner Struktur in seinen metrischen Eigenschaften in den Abstandsdefinitionen dieser Metrik-Tensor als abhängiger Tensor von den Ortskoordinaten steht da drinnen einerseits so wie er ist oder auch abgeleitet erste Ableitungen nach den Ortskoordinaten dieser Metrik-Tensor macht uns jetzt definiert uns jetzt ein Christoffel-Symbol und wir haben uns schon überlegt aufgrund der Geschichte mit der Kovarianten-Ableitung das Christoffel-Symbol kann kein Tensor sein weil wenn Sie da oben die ganz erste Zeile A-I nach R anschauen links steht ein Tensor rechts steht eine Summe das erste ist kein Tensor so kann auch das zweite kein Tensor sein A ist aber ein Tensor erster Stufe so muss das Gamma kein Tensor sein daher nicht Christoffel-Tensor sondern Christoffel-Symbol aber jetzt haben wir ein Konstrukt wo wir aus allen diesen Christoffel-Symbolen und wieder den ersten Ableitungen und in den Christoffel-Symbolen steht der Metrik-Tensor drin einen Tensor herauskriegen also jetzt haben wir da einen Tensor erhalten und das ich hoffe das schaffe ich heute noch möchte ich Ihnen also noch entsprechend weiter vorführen ich werde jetzt geringfügig von meiner Reihenfolge abgehen und möchte gleich damit ja das heute noch ausgeht weil Sie müssen heute mit einem Erfolgserlebnis von da weg gehen das war doch zu schrecklich was Sie da abgespielt hat aber das war die Idee dahinter Sie sollten sehen woher das kommt und jetzt wie hängen die Eigenschaften des Riemann-Raums mit dem Riemann-Tensor zusammen da wollen wir jetzt schauen ob wir aus diesem doch etwas kompliziert definierten Riemann-Tensor Christoffel-Riemann-Tensor eine Aussage gewinnen können über die räumliche Struktur dieses Riemannschen Raumes wie durch diese Metrik-Tensoren und die stecken da drinnen festgelegt ist und da machen wir jetzt einmal eine Annahme das hohe ist genau zu das ist elegant aber man muss aufpassen wir machen die Annahme der Riemann-Raum um den es hier geht sei ein flacher Raum der Riemann-Raum ist flach davon gehen wir aus also zum Beispiel unser da ein Beispiel für einen flachen Raum ist ein erklidischer Raum und schon gerade der R3 was heißt das Sie erinnern sich vielleicht noch wann ist ein Raum flach wenn man ein Koordinatensystem in diesem Raum einführen kann so dass dann der Metrik-Tensor ortsunabhängig wird konstant wird also es gibt darf ich das so schreiben ich glaube das kommt in der Mathematik eh oft vor also jetzt würde ich nicht von denen angesteckt werden ich bin ja jetzt kein Mathematiker keine Sorge aber es gibt also ein Koordinatensystem in dem das G I J gleich Konstanten ist I J unabhängig vom Raumpunkt was bedeutet denn das wenn die G I J in dem Koordinatensystem konstant sind und da stehen lauter Ableitungen nach den Koordinaten drinnen sind die Christoffel-Symbole alle Null ja die Christoffel-Symbole Gamma SMN sind alle Null ja und jetzt schauen wir uns einmal an was da dem Riemann-Tensor passiert da stehen lauter Christoffel-Symbole drin alle sind Null ihre Ableitungen natürlich erst recht der Riemann-Tensor R L I J K ist gleich Null naja jetzt werden Sie sagen naja aber das ist ja nur in dem einen Koordinatensystem wo das so ist aber jetzt kommt eine ganz tolle Argumentation ist nicht von mir ich will nicht mich loben sondern es ist einfach toll weil Sie wissen doch wie die Tensoren sich transformieren der transformierte Tensor ist der ursprüngliche mal diesen Transformationskoeffizienten aus der Transformationsmatrix und wenn mehrere Indizes sind kommt für jeden Fakt was für eine Transformationsmatrix da hinein das kennen Sie alles wenn nun in einem Koordinatensystem der Null ist dann in allen denn egal was für Transformationskoeffizienten Sie als Faktoren da dazusetzen Null mal irgendwas bleibt Null ist er einmal Null ist er immer Null also das ist hier eine ganz starke Aussage also damit in allen Koordinatensystemen R, L, I, E, K gleich Null also wenn der Raum flach ist dann wissen Sie der Riemann-Tensor wird Null sein aber natürlich spannender ist jetzt die Umkehrung man möchte ja wissen was ist wann er Null ist und was ist jetzt mit dem Raum naja dann machen wir die Umkehrung also wir gehen davon aus in einem Koordinatensystem in dem betrachteten Riemannschen Raum gilt dass der Riemann-Tensor Null ist davon gehen wir jetzt aus R, L, I, E, K ist gleich Null aber jetzt können wir natürlich das auch fortsetzen das sei die Voraussetzung jetzt jetzt nehmen wir daneben daneben neben dem wählen wir jetzt in einem anderen gequerten Koordinatensystem einen Metriktensor G, I, E quer der der konstante Komponenten hat daraus folgt wenn er konstante Komponenten hat in diesem gequerten Koordinatensystem dass die Gamma quer S, M, N alle Null sein müssen wegen dieser Definition wann die G-Konstant sind auch die Gammas und daraus eben auch dass der Riemann-Tensor R, L, I, E, K gleich Null ist und zwar quer R quer auch in diesem gequerten System naja und daher gemäß dem tensoriellen Transformationsverhalten muss R und R quer in einander überführbar sein weil der Null bleibt ja Null und durch eine beliebige Transformation egal welche ist das ineinander überführbar also wegen des Transformationsverhaltens ist R, L I, E, K und R, W, L, I, E, K ineinander überführbar da aber weil sie beide Null sind da aber diese Riemann-Tensoren sich ja aus den Metriktensoren ergeben muss daher ebenfalls die G, I, E und die G, I, E, I, E einander überführbar sein weil durch das Überführen der Gehen die G quer wenn man das alles einsetzt werden auch die R in die R quer übergeführt und die können ineinander übergeführt werden. Daher muss das auch mit den G gelten. Und daher muss es möglich sein, dass man den jeweiligen Metriktensor durch geeignete Transformation in einen konstanten Metriktensor überführt. Und wenn das geht, dann ist der Raum flach. So ist er definiert. Und damit zeigt sich, dass das in beiden Richtungen funktioniert. Und damit kriegen wir jetzt als Ergebnis Folgerung Ein Riemannschaum ist genau dann flach, wenn der Krömmungstensor verschwindet. Ein Riemannschaum Jetzt ist klar, warum dieser komische Tensor da als Krümmungstensor bezeichnet wird. Weil er charakterisiert die Krümmung. Er charakterisiert die Krümmung des Riemannschaumes. Und wenn er Null ist, ist der Riemannschaum nicht gekrümmt, sondern flach. Und das ist natürlich eine tolle Sache, denn jetzt haben wir endlich ein Werkzeug in der Hand, um herauszufinden, ist der Raum, um den es hier geht, flach oder nicht. Nur zu sagen, er ist flach, wenn es irgendeine Transformation gibt, um den Metriktensor in einen Konstanten. Ja und wie finde ich diese irgendeine Transformation? Aber durch diesen Riemannschaum geht das jetzt in eindeutiger Weise. Und andersherum, wenn auch nur eine Komponente des Riemannschaum ungleich Null ist, dann ist da gekrümmt, der Raum. Also zum Beispiel die Kugelfläche ist gekrümmt. Und so ein Riemann-Tensor hat dort auch wirklich entsprechende Komponenten ungleich Null. Jetzt möchte ich noch die letzten Minuten für einfache Symmetrie-Eigenschaften verwenden. Die sind nicht leicht herauszufinden. Das tun wir uns jetzt nicht an. Da muss man schon sehr genau in diese Sache hineinloten, um zu sehen, welche Indizes da mit welchen vertauscht werden dürfen. Aber ich schreibe sie in folgender Weise an und wir werden sie morgen, nächste Woche brauchen. Die Eigenschaft S1 sagt R, L, I, J, K ist gleich R, J, K, L, I. Die Eigenschaft S2, also da bitte ich jetzt um Nachsicht, in diese Details hacken wir uns jetzt nicht mehr hinein. Wenn Ihnen gar nichts anderes einfällt, dann versuchen Sie das herauszufinden. Aber das ist eine undankbare Geschichte irgendwie. Sind wir froh, dass das schon verlässliche Leute gemacht haben. Das S2 lautet R, L, I, J, K ist gleich Minus R, I, L, J, K. Also haben wir die ersten zwei vertauscht, das ist antisymmetrisch. Und das S3, das gibt es noch für die anderen auch. R, L, I, J, K ist gleich Minus R, L, I, K, J. Und es gibt sogar ein 11, S4. Habe ich jetzt vergessen. Schreibe ich Ihnen auch noch hin. Damit Sie sehen, was für wunderliche Eigenschaften dieses Ding hat. R, L, I, J, K plus R, L, J, K, I plus R, L, K, I, J ist gleich Null. Was sagt man dazu? Man kann natürlich jetzt hergehen, das alles da einsetzen, das bis zum Erbrechen entsprechend durchrechnen. Und am Schluss, wenn Sie sich nicht verrechnet haben, kommt das halt raus. Also so ist es. I, J, K, J, K, I, K, I, J. Gleich Null. Und als letztes, und jetzt, jetzt, heute ist, naja, es ist eine Minute, die gönnen Sie mir noch bitte. Na bleibst du da stehen. So. Es zeigt sich. Und da muss man sich schon was überlegen dazu. dass man aufgrund dieser Symmetrie-Eigenschaften die Anzahl der unabhängigen Komponenten im n-dimensionalen Raum angeben kann. Anzahl der unabhängigen Komponenten in n-Dimensionen. Und da kommt heraus diese Anzahl ist n-Quadrat mal n-Quadrat minus 1 zwölftel. Ist doch allerhand. Versuchen Sie es für n gleich 1. Dann geht es gar nicht. Aber für n, weil da haben Sie 1 minus 1 ist 0. Aber für n gleich 2, das ist eine Fläche. Die kann man sich ja Gott sei Dank vorstellen. Das Einzige, wo man sich wirklich was Gekrümmtes vorstellen kann, wenigstens das. Weil bei n gleich 3 ein gekrümmter dreidimensionaler Raum ist ja eigentlich nichts mehr in unserer Vorstellung. Also für n gleich 2 2 mal 2 ist 4 mal minus 1 4 mal 3 ist 12 zwölftel ist 1. Eine Komponente. Also für eine gekrümmte Fläche gibt es gerade eine unabhängige Komponente. Ich halte die Krümmung und das ist wahrscheinlich ob das nicht so durchgerechnet. Für n gleich 3 haben Sie 9 mal 8 ist 72 durch 12 ist 6. Und natürlich interessiert Sie jetzt n gleich 4. Weil in einer Woche sind Sie wieder herzlich eingeladen herzukommen. Werden wir das was wir da ist erkämpft haben anwenden um damit die Basis zu schaffen für die allgemeine Relativitätsmechanik. Und daher kommt das n gleich 4 die Raumzeit natürlich wichtig vor. Naja das ist 4 mal 4 ist 16 mal 15 durch 12 das kann man im Kopf gar nicht mehr so gut 20. Das ist schon ein bisschen abschreckend 20 unabhängige Komponenten. Naja also damit haben Sie eine gute Startposition. Das war die Startposition von Einstein wie er sich begonnen hat mit den Dingen zu beschäftigen sobald dann schon nach der speziellen Relativitätstheorie. Da war er auch einmal in Wien hat einen Vortrag gehalten und das war irgendwie unausgegoren. Und dann da kannte er ein wichtiges Gesetz noch nicht. Und über das werden wir das nächste Mal sprechen. Die berühmten Bianchi-Identitäten. Und die sind dann der Key der es möglich macht aus dem eine Feldgleichung zu machen. Also das kommt in einer Woche dran. Ich hoffe dass Ihnen das nicht zu sehr abgeschreckt hat ich wollte Ihnen das wirklich vorführen damit Sie verstehen wie es zu so was Unglaublichen kommt. Aber wir haben damit also eine Möglichkeit gefunden die Krümmung eines Riemannschen Raumes konkret zu charakterisieren. Ich danke dass Sie sich das angetan haben. Ich danke auch ich danke dass Sie stehen da sind nicht gut okay gut dann lecker Vielen Dank. Vielen Dank.